Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch 27. Mai Da ging's ihnen durchs Herz. Apostelgeschichte 2, Vers 37 Da wurde ihr Herz durchbohrt, so heißt es wörtlich im griechischen Grundtext. Durchbohrte Herzen, das ist ja Mord. Steht denn solch eine Mordgeschichte im Neuen Testament? Nun ja, da stehen eine ganze Anzahl Mordgeschichten. Denken wir nur an den Kindermord von Bethlehem. Aber bei diesen Berichten handelt es sich um Mord, den böse Menschen ausführten. In unserem Textwort von den durchbohrten Herzen, aber ist der lebendige Gott der Mörder. Das klingt ja unerhört, wo steht denn diese Sache? Wir lesen sie in dem Bericht über den ersten Pfingsttag, als Gott seinen Geist in die Welt gab. Da hat der einfache Fischer Petrus eine Rede an das Volk gehalten. Diese Rede kam aus geisterfülltem Herzen. Und so wurde jedes Wort wie ein scharfes Messer Gottes, das in die Herzen drang. Mit ein paar Worten hatte Petrus den Leuten aufgedeckt, wie sie in den Augen des heiligen Elender, Sünder und armselige Angeklagte seien. Da wurden die Herzen durchbohrt. Ja, da wurde umgebracht. Da wurde getötet. Da wurde gestorben. Es starb, was endlich auch bei uns sterben sollte. Der Hochmut, der mit Gott umgeht, als sei der im besten Falle eine Notbremse für schwere Zeiten. Da starb die armselige Selbstgerechtigkeit, die sich einbildet, man könne vor Gott gerade stehen. Da starb die verlogene Einbildung, man sei schon recht und andere seien schlimmer. Da starb die Sicherheit, die sich weder vor Gott noch vor der Hölle fürchtet. Ja, hier fiel Gottes Schrecken auf die Menschen. Und wie horchten sie nun auf die Botschaft. Ein anderer Jesus, der Sohn Gottes, ist schon vorher für uns gestorben. Und in ihm finden Leute, die am Ende sind, das neue Leben. Herr, töte auch unser altes Ich, damit wir zum Leben kommen. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Herzlichen Dank für dein Abo, deinen Daumen hoch und deinen Kommentar. Teile gerne meine Videos, somit erfahren mehr Menschen von Gott. Weitere Informationen findest du in der Infobox unterhalb vom Video. Jesus Christus segne dich. 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13.